Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival und offensichtlich meinem ganz persönlichen Krieg hier. Jemand hat es schon angekündigt, das Turret wurde wieder abgebaut, weil es wahnsinnig nervig ist, dass es die ganze Zeit rumballert und da hinten ist auch irgendwie so eine Herde Triceratopser, irgendwie kann ich das Turret nicht auch einfach irgendwie abschalten, Raketengewerfer geschützt, off, wiedersehen, so und wenn es irgendwie angepfiffen ist und ich die Unterstützung von dem Ding brauche, dann kann ich es immer noch wieder anmachen, so. Im Zweifel ballert mir das wahrscheinlich hier auch mein Dingens kaputt oder so, mein, naja, Schiff möchte ich es nicht nennen, meine fliegende Badewanne. So, wir sind eigentlich immer noch dabei, so ein bisschen die Basis auszubauen. Licht wollte ich hier unbedingt herstellen, das war ganz wichtig. Wo fällt denn hier Licht rein? Ist hier irgendwo eine Lücke? Ach, das kommt wahrscheinlich noch von da hinten. Ich brauche auch noch eine Tür. Was brauchen wir denn für eine Tür? Kann ich herstellen. Mach doch mal. Warum ist der aus? Weiß kein Mensch. Konstruktor. Ohrkonstruktor. Warum stellst du die Tür nicht her? Automatiktür. Ach, hab ich jetzt, ich hab wahrscheinlich die ganze Basis ausgemacht, ne? Ja, ich hab die ganze Basis ausgemacht. So, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Ich dachte, man könnte das Raketenwerfer. Das kann man auch separat ausmachen. Ich hab einfach nur den falschen Knopf gedrückt. So, alles gut. Alles ist in Ordnung. Bitte stell mir eine Automatiktür her. Und, ähm, und, und, und. Hab ich eigentlich schon ein paar von diesen Fenstern hergestellt? Ich wollte ja hier auch so ein bisschen, dass man rausgucken kann. Ne? Hab ich aber noch nicht. Muss ich noch machen. Also jetzt hab ich auf jeden Fall erstmal noch eine Tür. Ich hab schon, ach, ich hatte schon eine Tür. Naja. Türen kann man nie genug haben. Ähm. Dann. Oh, wo kommt das hier eigentlich alles her? Das muss doch eigentlich alles hier rein. Achso, wahrscheinlich hab ich irgendwas abgebaut. Schubdüse und das ganze Fleisch. Das wollte ich noch zubereiten. Wir müssen noch ein bisschen kochen hier an unserem neuen Kochgerät. So. Und, ähm, packen das mal alles hier rüber. Aber, ich hab ja doch das ein oder andere, äh, Tier gelootet. So. Und jetzt kannst du mal hier schön, also mehr als Steak. Salami. Rohes Fleisch. Craft Time. Na, was wird? Na, was wird? Verfallszeit 70. Verfallszeit 25. Ich mach mal Salami. Mach mal ein bisschen Salami. Du brauchst da einfach ein bisschen rohes Fleisch. Mach mal hier. So. So. Sieh mal zu. Du kümmerst dich um die Salami. Und ich kümmere mich so lange. Ich setz erstmal die Tür hier unten ein. So. Spitze. Und, ähm, jetzt wollte ich Fenster machen. Fenster, Fenster, Fenster. Äh, was gibt's denn für... Was gibt es? Wo sind die hier? Die sind hier. Es gibt, äh, verschiedene Fenster. Ähm, Fenster schräg, transparent. Fenster transparent. Dann gibt's auch untransparent, nicht transparent. Aha. Okay. Ich mach jetzt mal ein transparentes Fenster. Was brauchst du da für? Stahlplatte und Glasplatte? Hab ich offensichtlich genug. Wusste ich gar nicht. Dass ich genug Glasplatten habe. Aber dann können wir uns das jetzt hier mal kurz angucken. Wie das mit den Fenstern funktioniert. Äh, wo hätte ich gern... Hier ist immer noch Licht. Wo kommt das Licht rein? Vielleicht irgendwie auch... Ja, vielleicht von meinem... Dingens da hier. Von meinem... Fahrstuhl. So. Hier bauen wir jetzt mal ein Fenster ein. Aha. Achso. Das ist dann transparent. Das ist ein transparentes Fenster. Und wie sieht das nicht transparente Fenster aus? Nicht transparent. Achso. Das sind wahrscheinlich einfach die Schottendichten, ne? Ey, ist auch genau das Gleiche. Hm. Hm. So. Ich mach mal jetzt hier nochmal irgendwie... Wir machen das jetzt. Setzen wir uns mal daneben. Kann natürlich auch sein, dass das so ein Kaufhausdetektivfenster ist hier. So. Also meines Erachtens hat sie das zumindest von hier. Die sind ein bisschen nicht genau auf derselben Höhe angeordnet, die Lamellen. Bewegen die sich? Nö. Aber vielleicht ist das auch von draußen. Und ich kann das von hier drinnen einfach gar nicht sehen. Habe ich... Ah, eine Treppe wollte ich noch bauen. Beziehungsweise zwei Treppen wollte ich bauen. Treppen. Treppen. Zwei Treppen, bitte. So. 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 Jetzt habe ich zwei Treppen. Damit müsste ich eigentlich hinkommen. Ah, hier ist noch ein bisschen Erde drin. Naja, macht ja nichts. Haben wir es ein bisschen grün. So. So. Treppen. Einmal hier. Und. Ja. Das habe ich mir wahrscheinlich auch einfach nur so gedacht, dass ich das jetzt hier einfach so da ran bauen könnte. Ähm. Hier war es jetzt aber gerade kurz, ne? Da. So. Genau so habe ich mir das gedacht. Herrlich. Ganz, ganz toll. Die hier oben, die ist ja, das ist ja, das schließt sich ja hier zu eben der Erde. Das ist super. Okay. Jetzt brauche ich Licht. Also wir machen erstmal die Basics. Beziehungsweise, ähm. Also was mir nicht gefällt, das ist dieses, dass die so ungleich aussehen. Da, da spielt mein OCD gleich wieder verrückt. Ich mache mal, mache mal noch fünf Fenster. Wir gucken uns mal an, wie wir die, wie wir die... Ah, da fehlt mir schwer Zeug. Was fehlt denn? Stahlplatten. Natürlich. Stahlplatten. Komponenten. Wo sind die Stahlplatten? Da. Fehlen Eisenbarren. Aber ich habe wahnsinnig viel Eisen eigentlich. Eisenerz. 67? Echt? Aber ich hatte doch so viel Eisen geholt. Hätte ich, das habe ich das alles schon verbraucht? Ja, ich habe relativ viele von den Stahlplatten hergestellt, weil ich relativ viele von den, äh, Dingern hier gemacht habe. Von den Blöcken. Klar. Das verbraucht natürlich. So, gib mal die 50 in Auftrag. Ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch ein Fenster hier, ne? Eins hat er hergestellt. So. Dann setze ich das jetzt mal hier ein, sonst kommt ja die kalte Luft rein. Das wollen wir ja auch nicht. So. So sind die jetzt gleich. Ja, die sind jetzt gleich. Das gefällt mir. Und, ähm, wir können nebenbei mal gucken, was so die verschiedenen Lichtvariationen sind. Ne? Wir hatten ja bisher auch immer das, die Deckenbeleuchtung. Rund. Was ist das? Signallicht. Signallicht. Hm. Weiß ich auch nicht. Das ist eine Stehlampe. Tragbares Arbeitslicht. Ah, okay. Achso. Und das sind diese Wandbeleuchtungen. Hm. Ach, ich mache erst mal, glaube ich, äh. Ja, ich glaube, ich mache erst mal ein paar von denen. Machen wir mal vier Stück. So. Und hier ist jetzt auch gut. Den Eisenbahn reicht erst mal. So. Was ich übrigens auch überlegt habe, was man machen könnte, wenn, weil es ja, weil man ja diese, ähm, äh, na, die Constructor hier, die kann man ja nicht miteinander verbinden. Also mit so einem Röhrensystem. Wie angemerkt wurde, ganz offensichtlich, weil dann wieder die Plagiatsvorwürfe ganz, ganz laut werden würden. Äh, dass das also alles von Space Engineers geklaut sei, wo ich jetzt mal so denke, Gott, ist doch eigentlich auch völlig wurscht. Also, ja, klar, ich meine, die Spiele sind nun mal verhältnismäßig ähnlich, aber, ähm, macht doch eigentlich nix. Äh, das ist auf jeden Fall nicht so, ähm, nicht so ohne weiteres offensichtlich. Das ist eigentlich machbar, oder kommt jetzt erst mal in nächster Zeit nicht. Da habe ich halt überlegt, ob man einen zweiten Constructor baut, äh, mit dem man zum Beispiel nur die Erze verarbeitet in die Barren und dann sozusagen einen für den ganz anderen. Viel Erleichterung bringt es dann auch nicht wirklich, aber, so. Ich wollte irgendwas noch aus, ähm, aus, was fehlt denn euch jetzt hier schon wieder? Metallkomponenten. Ja, natürlich fehlen euch Metallkomponenten. Und, äh, ich wollte irgendwie noch irgendwas herstellen hier. Irgendwas wollte ich noch, irgendwas wollte ich noch machen. Ach, ich wollte noch mehr Fenster machen. Jetzt können wir erst mal auch das, solange der die Metallkomponenten herstellt. Wo ist denn, wie viel, wie viel, äh, habe ich denn hier? Gib mir mal kurz die Lampe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Sehr schön. Vier, fünf. Das heißt, das ist die Mitte. Ich bin bei sowas echt ein bisschen merkwürdig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, dreizehn, dreizehn. Hm. Na gut, ist egal. Dann, dann, dann hau das nicht so ganz hin. Aber dann machen wir das jetzt einfach, äh, hier. Hier, hier eins und hier eins und da eins und hier über meinen Gang. So. Na, damit ist doch auf jeden Fall schon mal für, für festliche Stimmung gesorgt. Und hier könnte ich doch auch, ich konnte doch die Farbe auch verändern. Innenbeleuchtung rund. Wenn wir mal hier zum Beispiel so ein bisschen rötlich, naja, das war nicht so richtig schön, war das Gelb, ist mir zu kalt. Ich bin eher so jemand für, für warmes Licht. Vielleicht muss man aber auch einfach die, die Lichter so ein bisschen mischen. Ja, so sieht das auch noch nicht ganz so doll puffig aus, oder? Ach, ist doch ganz okay. Ist doch ganz in Ordnung. Theoretisch müsste ich jetzt diese ganzen Maschinen hier alle nochmal irgendwie umplatzieren, weil mich das wahnsinnig nervt, dass die irgendwo mitten im Raum stehen. Mach ich das? Ja, wahrscheinlich mach ich das. Wahrscheinlich mach ich das wirklich. Und dann richte ich mir das gleich so ein bisschen, gleich so ein bisschen ein. Dann machen wir hier eine Kochecke hin. Ja, so machen wir das. So, wie sieht es hier mit der Salami aus? Du hast auf jeden Fall genug Salami hergestellt. Ja, das ist sehr, sehr schön. Den anderen Kram nehme ich hier erst mal wieder mit raus. So. Und dann baue ich den nämlich nochmal ab. Wie weit bist du mit den Metallkomponenten? Bist du fertig? Das finde ich in Ordnung. Dann baue ich mal kurz das Ding hier ab. Wir kriegen ja die ganzen Teile wieder rein. So. Zack, 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 zack. Alles wieder rein. Ja, noch ein paar Stahlplatten. Die kommen da auch noch mit rein. Und dann stellen wir bitte nochmal so ein komisches Küchengerät hierher. Dieses bitte. Und dann mache ich mir so eine Kochnische. Dazu brauchen wir auf jeden Fall auch einen Kühlschrank. Mal gucken, ob das reicht hier noch, um einen Kühlschrank herzustellen. Dann können wir nämlich schön den Kühlschrank nehmen, die Kochnische. Das reicht natürlich nicht. Was fehlt? Ein Computer. Computer. Kann ich einen Computer herstellen? Ja, kann ich machen. So, und dann kannst du den Kühlschrank herstellen. So. Und dann ist die Frage, ob man nicht vielleicht auch schon das ein oder andere so Deko-Element mitbaut. Es gibt auch so wahnsinnig viel so Deko-Kram. Irgendwelchen Deko-Scheiß. Was ist das hier? Arschsee ist... Achso, für große Schiffe wahrscheinlich. Ist das hier mit drin? Wo war denn dieser ganze Deko-Kram? Hier war der... Der war doch nicht bei Waffen und so drin, oder? Doch, hier ist auch so ein bisschen Laserladung. Plasma-Kanon. Plasma-Kanon-Lights. Es gibt Ladungen. Habe ich ein Update verpasst? Railgun-Kugeln. Es gibt jetzt... Es gibt jetzt offensichtlich Munition. Oder ist das... Ach nee, das ist wahrscheinlich für meine Hand Feuerwaffen, oder? Hm. Müssen wir mal gucken. Nicht, dass das jetzt tatsächlich... Also, was heißt nicht? Ist ja eigentlich in Ordnung. Dass das jetzt Munition gibt. Das kann natürlich sein. So. Das ist der Kühlschrank. Hier ist meine Kochnische. Stelle ich die Kochnische richtig in die Ecke? Ich würde... Wo sind denn diese ganzen Deko-Elemente? Das muss doch hier irgendwie sein, oder? Ja. So. Was haben wir hier? Konsolen. Irgendwelche Konsolen. Konsolen. Antenne. Sitz. Cockpit. Cockpit. Also, das sind die Cockpits für die großen Schiffe. Ja, so Küchen-Richtige Küchendeko ist auch nicht. Aber es gab doch auch so Sitzecken, oder? Oder bin ich da jetzt vollkommen schiefgewickelt? Ich bildete mir ein. Es gab auch so wie Mobi... Hier. Hier. Hier haben wir es doch. Esstisch mit Bank. Eine Küchentheke. Ein Sofa. Bett. Schlafkohle. So ein Doppelstockbett. Naja, das ist nichts für mich. Eine Dusche. Eine Toilette. Also, was ist denn mit der... Mach doch mal so eine Küchentheke. So, die gucken wir uns jetzt mal an. Gucken wir uns mal an, wie die aussieht. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Küchentheke. So. Neun. Naja. Naja. Gott. Schön ist auch nochmal anders. Aber, man will ja... Ich will ja nicht meckern. Die ist zwei Blöcke... Die könnte ich hier so hinstellen. Und dann... Es kann sein, dass ich das alles nochmal abbaue und nochmal neu mache. Also, macht euch mal jetzt keine Sorgen. Weil hier kann ich das Ding nicht reinstellen. So. Ja, das ist okay. Und dann den Kühlschrank daneben. Den Kühlschrank daneben. So. Zack. Naja. Ist doch. Oder? Ich hätte wahrscheinlich irgendwie andere Blöcke nehmen müssen. Was macht denn da draußen so eine merkwürdigen Geräusche? Achso. Das sind irgendwelche Gerätschaften, die diese Geräusche verursachen. Okay. Macht nix. Ich werde mal meine Salami in den Kühlschrank packen. Auf jeden Fall. Und, ähm... Es ist da wirklich der Kühlschrank, der diese Geräusche macht. So. Kannst mal noch ein bisschen mehr Salami herstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Schaut ja nix. Ich glaube, der Nahrungswert von den Dingern ist auch wahrscheinlich Nahrungswert 100. Ne, ist er genauso? Der Nahrungswert ist genauso wie bei den Steaks, oder? Ja. Tatsache. Dafür sind die länger haltbar. Warum sollte man was anderes herstellen als Salamis? Das würde ich zu gern wissen. Also, jetzt, ich meine nicht prinzipiell alles, sondern jetzt, warum sollte man so ein gegrilltes Steak herstellen? Wenn es nicht noch irgendwelche zusätzlichen Nebeneffekte hat, von denen ich noch nichts weiß. Kommt aber vielleicht auch noch. Kann ja sein, dass das Essen irgendwann mal so kleine Buffs gibt oder sowas. Weiß man ja nicht, was da die Pläne sind. So. Jetzt sind wir erstmal wieder relativ gut dabei. Könnte auch mal eine Sauerstoffstation bauen. Aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich, wie du bist hier eigentlich, ja, ich muss den, muss ich den ganzen Quatsch hier, achso, ne, bevor ich das mache, werde ich mal, Glasplatte, so, werde ich mir mal eine Cargo-Box herstellen. Also, so ein Container, sowas hier. Ne, das ist auch ein Kühlschrank, aber das ist ein kleiner Kühlschrank für Dingens hier, für Teile. So. Ich habe ja schon eine Cargo-Box, fällt mir gerade auf. Ich habe ja hier schon eine Cargo-Box. Die baue ich natürlich auch nochmal ab. Äh, okay. Dann mache ich jetzt, dann mache ich jetzt den Constructor leer und ziehe mit dem Constructor um. Ich will hier hinten, soll so ein bisschen schöner wohnen sein. So. Das kommt jetzt, also, ich muss wirklich sagen, dass das mit dem Shift und Klicken jetzt funktioniert, das ist echt eine Wohltat. Ich glaube, ich habe jetzt hier schon Sachen reingepackt, die nicht unbedingt rein mussten. Äh, äh, äh. Das musste nicht unbedingt rein, war noch irgendwas anderes dabei? Ne, der Rest kann jetzt erstmal drin bleiben, so. Und, zack. Da ist noch mehr drin, bisschen. So. Jetzt kann ich den Constructor abbauen. Achso. Sollte ich vielleicht nochmal irgendwie das Ding nachladen hier natürlich. So. Okay. Damit ist der Constructor abgebaut und dann, äh, das ist natürlich total dämlich von mir gewesen, den Constructor abzubauen, bevor ich einen zweiten Constructor gebaut habe. Jetzt muss ich den großen Constructor oben in dem kleinen Constructor herstellen. Das ist auch ein bisschen bescheuert. So, aber glücklicherweise habe ich den ja noch. Wenn ich den hier rausgebaut hätte, dann wäre ich jetzt richtig am Arsch gewesen. Das ist echt, manchmal bin ich auch wirklich zu blöd. So. Äh, macht aber nichts. Wir, wir haben ja hier glücklicherweise den noch. Constructor. Äh, das ist an. Achso, ich muss wahrscheinlich hier noch das ganze Ding anmachen. Läuft. So. Der baut jetzt den Constructor. Alles gut. Das habe ich mir nicht, das habe ich mir zugegebenermaßen nicht sonderlich gut überlegt. So ist das manchmal. So ist das manchmal. So. Wie sieht hier die Spritzsituation aus? Ach, ganz in Ordnung. Filmen wir nochmal nach. Äh, ihr habt ja irgendwie, äh, nach der letzten Folge schon noch ein bisschen mehr Action geschrien. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr nach dieser Folge sagt, wo so wirklich sehr wenig passiert ist. Aber das sind, äh, alles Aspekte dieses Spiels. Und ich habe ja gesagt, ich will mir dieses Mal ein bisschen mehr Mühe geben beim, beim Bauen meiner Basis. Das ist natürlich jetzt hier alles, das sind doch alles die kleinen Anfänge. Keine Sorge, da kommt noch ein bisschen was. Ist hier meine Schnauze eingedächt? Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gerade irgendwo eine Delle gesehen hier. Ah, ich glaube das hier. So, und da oben auch. Bisschen viel Blechschaden irgendwie an meinem Schiff. Hätte mich wahrscheinlich wieder irgendwo gegen geknallt. Aber, so, ne, hier ist alles in Ordnung. Naja, wer weiß. So, wie weit ist der Constructor jetzt hier? Fertig. Sehr schön. So. Zack. Achso, hier habe ich noch einen Haufen Scheiß, der da dann rein muss. Dann können wir hier auch wieder ausmachen. Muss ja nicht unnütz Sprit verbrauchen. Ich überlege, ob ich noch ein paar mehr, ähm, Fahrstühle baue. So, in jeder Ecke einen vielleicht oder so. Ähm. So, da hinten ist Küche. Das heißt, äh, ich will, wie will ich das machen? Ähm, Küche kriegt dieses Fenster, ziehe ich mal hier. So, dann trennen wir uns das hier ab. So, und dann kommt hier so ein bisschen, man kommt ja nicht rein und ist direkt irgendwie im Wohnbereich. Ne, das will ich so auch nicht haben. Aber wo mache ich denn? Dann mache ich hier so ein bisschen Werkstatt. Hier kommt jetzt so ein bisschen Werkstatt. So. Wird mich nicht wundern, wenn ich mit diesem komischen Constructor noch ein weiteres mal umziehe, aber so prinzipiell erst mal, so, hier kommt jetzt irgendwie, das ist Wohnbereich. So, passt. Ja, Quatsch, Wohnbereich. Das ist hier so ein bisschen Werkstattbereich. Da, wo auch der Aufzug nach oben ist, das ist in Ordnung. Ähm, den ganzen Energiequatsch, das würde ich auch echt gerne woanders hin tun. Aber das geht natürlich nun mal auch so gar nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten Container bauen, um mit dem einen Container umzuziehen. Das geht nicht anders. Frachtbox. Ah ja, die macht halt dann automatisch. Stahlplatte und Steuergerät. Klar. Also ich fülle erst mal wieder den ganzen Mist hier ein. So. Das ist das. Gut. Und zack, 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 zack. Alles mitnehmen. Den anderen Stulli können wir erst mal drin lassen. Das macht nix. Und das kommt alles hier rein. Äh, wo sind wir da? Ja, sammelt sich schon eine ganze Menge Zeug an im Laufe der Zeit. So, jetzt kannst du mir mal sagen, kannst du jetzt eine Frachtbox bauen? Frachtbox. Ja, kannst du machen. Bitte stellen sie eine Frachtbox. Oh, es geht relativ flink. So. Und die kommt dann jetzt wieder. Jetzt muss ich wieder gucken, wie man die dreht. So. Ich möchte die ja gerne wieder so rum hinstellen. So. Super. Und. Das packen wir jetzt alles hier rein. So. Super. Dann kann ich die Frachtbox jetzt hier abbauen. Oh, die braucht aber, die braucht aber doch. So. Gut. Dann bin ich jetzt mit der Frachtbox umgezogen. Ich habe eine Küchenzeile gebaut. Ich werde das hier auch räumlich noch so ein bisschen abtrennen. Beim nächsten Mal machen wir irgendwie so ein paar Wände hier noch rein. Dann gucke ich mal, ob ich ein paar andere als diese normalen Wände verwende. Die gibt ja noch ein bisschen was. Also gibt ja auch noch irgendwie so, also was ich ein bisschen witzig finde, tatsächlich hier so diesen karierten, der typische besteht, da heißt auch Innenblock Küche. Klar, weil jede Küche irgendwie dieses karierte Ding hat. Kann man aber wahrscheinlich verschieden drehen. Dann gibt es auch diese blauen Fliesen. Na ja, mal gucken. Wohnzimmer gibt es hier auch noch mit verschiedenen Farben und so. Gucken wir uns aber alles beim nächsten Mal an. Bis dahin sage ich erstmal wieder Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.